Berühren Sie Telefon, sobald Ihr Telefon gekoppelt ist. Berühren Sie Letzte, um einen zuletzt gewählten Kontakt auszuwählen. Unter Kontakte finden Sie Ihre Kontakte. Sie können den Namen eines Kontaktes eingeben oder ihn aus der Liste auswählen. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. Berühren Sie das Tastenfeld, um eine Nummer einzugeben. Berühren Sie das Telefonsymbol, um die Nummer zu wählen. Das Symbol wird geändert und dient dann zum Auflegen. Berühren Sie das Telefonsymbol, um einen Anruf entgegenzunehmen. Über die Lenkradtasten greifen Sie über die Telefontaste auf Ihre letzten Anrufe zu. Drücken Sie die Taste erneut, um die oberste Nummer zu wählen. Drücken Sie die Telefontaste, um einen Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut zum Auflegen. Über das Einstellrad oder die Lautstärkeregelung können Sie die Lautstärke während des Anrufs regeln. Wenn Sie die Sprachsteuerung verwenden möchten, drücken Sie die Sprachtaste. Sagen Sie Telefon oder drücken Sie die Telefontaste, um mögliche Befehle anzuzeigen. Warten Sie auf den Signalton und sprechen oder wählen Sie den gewünschten Befehl. Zum Beenden des Vorgangs die Taste gedrückt halten. Sie erhalten eine Meldung, falls während eines Telefonats ein zweiter Anruf eingeht. Wenn Sie den neuen Anruf annehmen, wird der aktuelle gehalten. Berühren Sie das Wechselsymbol oder den Kontakt, um zum ersten Anruf zu wechseln. Berühren Sie Anruf beenden, um den Anruf zu beenden. Berühren Sie Anruf hinzufügen und wählen Sie einen Kontakt. Berühren Sie Zusammenführen, um laufende Telefonate zu einer Konferenz zusammenzuführen. Die Zusammenführung kann nicht aufgehoben werden. Wenn ein Anrufer auflegt, bleiben die anderen in der Leitung. Berühren Sie die Schaltfläche, um die Konferenz zu beenden. Über Optionen und Voicemail greifen Sie auf Ihre Sprachnachrichten zu. Für den Dienst müssen Sie Ihre Voicemail-Nummer eingeben. Jetzt können Sie Ihre Sprachnachrichten abhören. Sie haben offen Kenntag, eine Konferenz zu beenden. So, Sie haben sich ohne Anruf, weil Sie die Geräte von Koenzen aufgehoben werden können. Ich will Ihnen jetzt noch einen Konferenz machen. So Sie werden mit einer Konferenz zu beenden. Sie werden Sie die Konferenz zu haben.